Wird der 450-Euro-Minijob wegen der Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Fest steht, am 1.10.2022 soll der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro steigen. In dem Referentenentwurf zur Mindestlohnerhöhung ist das dort festgeschrieben. Das ist auch das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition. Im gleichen Atemzuge wurde aber auch im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition festgelegt, dass der Minijob von aktuell 450 Euro auf 520 Euro steigen soll. Wenn man sich jetzt den Referentenentwurf genauer anschaut, dann findet man dort eins nicht. Keine Erhöhung des Minijobs. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, ist das sozusagen der schleichende Ausstieg oder die Abschaffung des gesetzlichen Minijobs? Denn viele sind gegen den Minijob, unter anderem auch die Gewerkschaften. Für die Gewerkschaften ist der Minijob generell ein Dorn in dem Auge. Damals mit der Einführung des Minijobs wurde ja sozusagen ein massiver Niedriglohnsektor eingeführt. Und die Gewerkschaften sagen schlicht und ergreifend, Menschen, die im Minijob arbeiten, sind völlig ungeschützt. Da ist was Wahres dran. Denn viele Menschen, die im Minijob arbeiten, sind weder krankenversichert, noch zum Teil Rentenversichert und haben auch keinen Arbeitslosenversicherungsschutz. Wenn jetzt der 12-Euro-Mindestlohn steigt, dann müsste zumindest auch, damit die Minijobber, wenn der Minijob beibehalten werden soll, auch was davon haben. Das heißt also, die Minijobgrenze, die Geringfügigkeitsgrenze, müsste dann von 450 Euro auf 520 Euro steigen. Würde das nicht der Fall sein, dann würden wir bei 450 Euro Minijob und einem Mindestlohn von 12 Euro bei rund 37 Monatsstunden dann landen, die dann nur noch der Minijobber arbeiten kann. Und das bringt auch wiederum die Befürworter des Minijobs auf den Plan, nämlich zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenverband, der dann sagt, Leute, wir brauchen die Minijobber, weil die füllen für uns dann auch die entsprechenden Lücken. Wir können heute noch nicht hundertprozentig genau sagen, wann es eine Änderung der Minijobgrenze geben wird, ob es die überhaupt geben wird. Ich gehe davon aus, dass Hubertus Heil, der ja den Mindestlohn auf 12 Euro Erhöhung angekündigt hat, ganz genau weiß, was er tut. Der weiß also mit Sicherheit grenzener Wahrscheinlichkeit, dass in seinem Referentenentwurf es dort keine Kopplung mit dem Minijob gibt. Und deshalb er wahrscheinlich die Wünsche der Gewerkschaften durchsetzen will, dass der Minijob de facto schleichend abgeschafft wird, und zwar mit einer permanenten Erhöhung des Mindestlohnes. Ich würde vorschlagen, wir warten die Entwicklung ab. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel DERINKS DERINKS Untertitelung des ZDF, 2020